Herzlich willkommen zum Podcast von PharmaLogisch. Heute geht es bei die Basics in Kürze um Hämorrhoiden. Hämorrhoiden kann man übrigens auf zwei Arten schreiben. Die ältere Schreibweise lautet, wenn man es deutlich spricht, Hämorrhoiden. Also da kommt ein H hinter den beiden R und nach einem O vor dem I. Und die neuere Schreibweise macht es ein bisschen einfacher und schreibt es halt einfach so, wie man es auch spricht. Hämorrhoiden mit zwei R und ohne zusätzliches H oder U. Wenn ein Kunde in die Apotheke kommt und sagt, ich habe Hämorrhoiden, dann könnte ich antworten, na Gott sei Dank. Natürlich mache ich das nicht, denn ich weiß ja, was er meint, aber wie komme ich denn auf so eine Antwortmöglichkeit? Hämorrhoiden haben wir tatsächlich alle und die erfüllen eine wichtige Aufgabe, die sorgen nämlich dafür, den Darm nach außen abzudichten. Also die sorgen dafür, dass kein Stuhl unfreiwillig abgehen kann. Wenn der Kunde jetzt sagt, dass er Hämorrhoiden hat, dann meint er damit, dass er unter Beschwerden wie Juckreiz, Nässen, leichten Blutungen oder Schmerzen leidet, weil sich seine Hämorrhoiden vergrößert haben. Man könnte diese vergrößerten Hämorrhoiden auch als Krampfadern im Analbereich bezeichnen. Die Hämorrhoiden, die wir also alle haben, sind Gewebepolster und dieses Gewebepolster ist gut durchblutet. Wenn sich beim Stuhlgang der Schließmuskel entspannt, dann fließt auch aus diesem Polster das Blut ab. Anschließend strömt das Blut dann wieder zurück. Die Hämorrhoiden schwellen an und sorgen so für einen sicheren Verschluss des Darms. Verschiedene Faktoren können jetzt dazu führen, dass sich dieses Gewebe vergrößert. Da gehören zum Beispiel Verstopfung dazu, starkes Pressen beim Stuhlgang, zu lange Sitzen auf der Toilette, auch ein falsches Sitzen auf der Toilette, aber auch Schwangerschaft oder chronischer Husten. Möglicherweise kommen da noch weitere Faktoren dazu. So ganz abschließend ist es noch nicht geklärt, wie Hämorrhoiden entstehen. Diese krankhaft veränderten Hämorrhoiden kann man in vier Schweregrade einteilen. Bei Grad 1 sieht man äußerlich noch nichts, nur der Arzt kann bei einer Spiegelung die Hämorrhoiden im Enddarm erkennen und meist zeigen sich in diesem Stadium auch keine Symptome. Es kann aber auch mal schon zu leichten Blutungen oder Hautreizungen kommen. Im Schweregrad 2 schieben sich die Hämorrhoiden beim Stuhlgang durch den After und ziehen sich aber anschließend von selber wieder zurück. Für Betroffene fühlt sich dieses Stadium meist so an, als ob sie ihren Darm nicht vollständig entleeren könnten. Im Schweregrad 3 ist es ähnlich, auch da rutschen die Hämorrhoiden beim Stuhlgang oder bei starken Anstrengungen aus dem After. Sie ziehen sich aber nicht mehr selber zurück, sondern müssen vom Betroffenen mit dem Finger zurückgeschoben werden. Und im letzten Schweregrad, Grad 4, da klappt dieses Zurückschieben nicht mehr. Also die Hämorrhoiden ragen dauerhaft aus dem After heraus und ein anhaltendes Druck- oder Fremdkörpergefühl oder starkes Nässen, Schleimabgang, unter Umständen auch Schmerzen sind die Folge. Für die Betroffenen fühlt sich das an, als müssten sie ständig zur Toilette. Und es kann auch sein, dass der Darmausgang nicht mehr so wirklich dicht hält, sodass sich eine Stuhlinkontinenz, also eine Schmierinkontinenz einstellt. Was macht man denn jetzt, wenn man Symptome hat, die darauf hindeuten, dass sich die Hämorrhoiden vergrößert haben? Auf jeden Fall ist es sinnvoll, das erstmal ärztlich abklären zu lassen. Es gibt nämlich auch noch andere Erkrankungen am After, die ganz ähnliche Symptome verursachen. Und damit man da einfach sicher geht, dass nicht eine andere Erkrankung zugrunde liegt, die man auch anders behandeln müsste, sollte da eben erstmal ein Arzt drauf schauen. Dann ist es auf jeden Fall auch sinnig, mal einen Blick auf die eigene Verdauung zu werfen. Leidet man öfter unter Verstopfung oder ist beim Stuhlgang immer große Anstrengung nötig? Dann sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Stuhl weicher wird, um beim Stuhlgang starkes Pressen zu vermeiden. Da gibt es alle möglichen Maßnahmen. Dazu gehört die richtige Ernährung, also eine ballaststoffreiche Ernährung, eine ausreichende Trinkmenge, regelmäßige Bewegung und wenn das alleine nicht ausreicht, dann auch Abführmittel. Genauer möchte ich jetzt hier nicht darauf eingehen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich da ja vielleicht mal einen neuen Podcast dazu machen. Auch die Sitzposition auf der Toilette kann übrigens einen Einfluss darauf haben, wie leicht sich der Darm entleeren kann. Wenn man die Beine zum Beispiel auf einen kleinen Hocker stellt, dann wird der Darm automatisch begradigt und damit ist dann kein so starkes Pressen nötig. Ja, diese Tipps helfen dem Kunden, der akut im Laden steht und Schwierigkeiten hat, aber nicht weiter, denn der hätte gerne einen Tipp, der ihm sofort hilft. Und da gibt es in der Apotheke ein paar Möglichkeiten. Es gibt Wirkstoffe, die zusammenziehend wirken und damit leichte Blutungen stillen und auch die gereizte Haut beruhigen. Da gehört zum Beispiel das Titandioxid dazu, das Bismutgalat oder auch Hamamelis. Fertigarzneimittel, die diese Wirkstoffe enthalten, das sind zum Beispiel Mastu oder Hametum. Das gibt es sowohl als Salbe als auch als Zäpfchen. Zäpfchen machen dann Sinn, wenn man weiter innenliegende Bereiche erreichen möchte. Wenn der Juckreiz sehr stark ausgeprägt ist oder die vergrößerten Hämorrhoiden schmerzhaft sind, dann können Lokalanästhetiker helfen. Da sind in den letzten Jahren einige Fertigarzneimittel vom Markt verschwunden. Jetzt ist die Auswahl inzwischen ziemlich klein, aber zum Beispiel gibt es die Henal-Akutcreme mit dem Wirkstoff Quinisokain. Glucocorticoide können aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkungen bei Hämorrhoiden auch sinnvoll sein. Die müssen dann allerdings vom Arzt verschrieben werden. Und eines haben all diese Mittel gemeinsam. Das eigentliche Problem lösen die nicht, die bekämpfen nur die Symptome. Auf Dauer muss also entweder eine Verbesserung durch ein verändertes Stuhlverhalten eintreten oder der Arzt mit einer kleinen Operation eingreifen. Ja, das war es auch schon wieder für heute mit einem kurzen Überblick über das Thema Hämorrhoiden. Habt ihr Lust, euch noch ein bisschen mehr in das Thema Lokalanästhetiker zu vertiefen? Dann hört euch doch auch gleich noch meinen Podcast zu diesem Thema an. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal.